Hallöchen liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Castle Strike. Es geht weiter, wir machen einen zweiten Angriff. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier die ausrotten können. Wir haben gerade eben schon mal angegriffen im letzten Part und jetzt machen wir nochmal einen Versuch. Scheiße, jetzt haben sie auch noch ein Ding hier aufgestellt. Ein Katapult. Wir gucken, dass wir die so schnell wirklich hier wegbekommen. So, einmal. Und die haben hier, oh, die haben hier richtig heftig Soldaten. Scheiße, das war ein bisschen zu wenig, was wir jetzt hier geliefert haben. Wir müssen uns auf einen großen Kampf vorbereiten. Das habe ich jetzt schon gesehen hier. Ich werde hier nochmal ein bisschen Stein verkaufen. Es steigt immer weiter nach oben, so wie ihr sehen könnt. Jetzt müssen wir 200 Stein hergeben für 100 Gold. Das ist ein bisschen heftig. Aber, scheißegal. Nicht genug. Ich versuche jetzt mal hier noch ein bisschen was zu kaufen. Der Preis ist Gott sei Dank stabil geblieben jetzt. Zum zu wenig Gold. Mist. Und Holz haben wir auch keins mehr. Leute, was macht ihr? Ach, die tun nur noch Stein abbauen. Ne, das geht nicht. Jungs, ich brauche auch etwas Holz. Ohne Holz geht gar nichts. So, ich schicke gleich mal ein paar rüber, wo wir noch ein bisschen sich um Holz kümmern. Die kümmern sich immer noch um das hier. Sollen sie machen. Da habe ich schon meine Ruhe. So, und dann versuche ich nochmal ein paar Soldaten zu produzieren. Wir brauchen kein Holz. Aber die hier brauchen es. So. Was ist denn das hier jetzt? Ähm. Okay. Sie kommen zumindest mal nicht in unsere Siedlung. Auch gut. Aber ich muss sie natürlich schützen. Und werde dafür jetzt mal ein paar Soldaten rüberschicken. Beziehungsweise ein paar Bogenschützen. So. Aha. Jetzt kommen wieder Soldaten. Komischerweise. Vielleicht gibt es hier Eisen. Meine Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Vielleicht ist hier irgendwo eine Eisenhütte. Wo wir dann endlich Eisen abbauen dürfen. So. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Stein verhökern. So. Ein bisschen Eisen einkaufen. Ja, arg viel macht es nicht mehr aus. Ich werde jetzt hier mal unsere Soldaten. Die rennen auch gleich nach vorne. Weil die haben da vorne nämlich schon was gesehen. Aha. So, das ist sehr gut. Ja, ich werde jetzt diese hier nötigen. Da unten angreifen. Oh, shit. Oh, Mann, ey. Alter. Jetzt kommen sie wieder von der Seite hier. Scheiße, die haben mir meine Holzverlöte zerstört. Jetzt gehen sie auf meine Arbeiter. Mist. Ich muss kurz mit meinen Helden ran. Kann ich nichts anderes machen. Sterbt, ihr böse Buben. So. Ist das ein Katapult? Schnell! Oh, je. Ein Hit. Ein sehr palpvoller Hit. Oh, je. Oh, je. Meine Helden kriegen ganz schön was ab hier. Heute. Ihr Würmer. Euer Leben ist verwirrt. Die letzte Lösung. Die haben keine Ausdauer mehr. Keke. Shit. Los. Greif doch an und steht nicht blöd rum. Ihr Würmer. Euer Leben ist verwirrt. So, und jetzt muss ich hier unbedingt wieder Soldaten hin. Das ist doch keine Kuss. Müssen wir halt hier ein paar abzwacken. Streit. So, die sollen sich hier niederlassen. Okay. Jetzt pass mal auf hier. Jetzt ist da hinten schon wieder Theater. Okay. Das ist da hinten schon wieder Theater. So. So. Killt ihn? Jawohl. So ist gut. Nicht. Ihr sollt dann angreifen. Lauf weiter! Ich hab nicht gesagt, dass ihr stehen bleiben sollt. Ich habe nicht gesagt, dass ihr stehen bleiben sollt. Ihr seid auch angriffslustig, bitte. Und wenn das so ist, was du sagst. Also, wir machen aggressiv. Was ist der Hörer? In der Zeit. Wenn das so ist, was du sagst. So. Ich auch aggressiv. Willst du all diese Sachen für mich verkaufst? Jetzt, ähm. Nochmal verkaufen. Stein, äh, Eisen her. So. Und jetzt nehme ich die und greife an. Auch wenn es ein bisschen wenig sind. Das gibt's nicht. Wieso greifen die? Okay, die schaffen sie. Gut. Weil ich, ich, ich kann mich jetzt hier nicht irgendwie ablenken lassen von denen. Weil der Angriff hier wird jetzt krass. Okay, jetzt kommen sie von der Seite auch noch. Shit. Immer zur richtigen Zeit komme ich gerade, ne? So, wir machen aggressiv. So. Weckmitzeln. Ich hoffe auch, dass sich das lohnt hier. Oh Gott! So, viele sind's nicht mehr. Komm. So, jetzt metzeln euch durch hier. Ah, jetzt, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Die Metzeln mich einfach um. Die Metzeln mich einfach um. Ey, alter Scheißdreck. Verkaufen. Die haben mich einfach weggemetzelt, ey. Leute, die haben mich einfach weggemetzelt. Das darf nicht wahr sein. Hm. Da kommen immer mehr. Die schicken sie wirklich im Sekundentakt hier. Jetzt gehen die auch drauf. Oh Mann, ey. So. Aber die sind natürlich stärker. Brauchen aber auch natürlich länger zu nachladen. Hm, die sind aber auch ziemlich stark. Muss jetzt eh erstmal wieder eine Mannschaft drüber setzen. Oh, aggressiv stellen. Und rüber mit denen. So. So. So, Armeen machen. Stein verkaufen wieder. Okay, wir haben das Maximum erreicht. Ich glaube, ich muss immer ein paar Arbeiter machen, ne? Stein, jetzt. Stein. So, wer wird angekissen? Okay. Okay. Komm, holt ihn euch. So. So, wie kommen wir da noch? So. So, die anderen sind jetzt gerade irgendwie zu lahmarschig, die Armbust schützen. Wir brauchen jetzt so viel Gold. Müssen ein bisschen billiger sein. Ich kann nicht mehr so teuer machen. Ja. Robin, ich bin sicher, das war mein Großvater. So, da kommen wieder welche. Ja, aber diesmal brechen sie nicht durch. Wenn wir sie so aggressiv stellen, ist es besser, ne? Schon gemerkt. Aber wenn sie dann dort stehen bleiben, ist mir eigentlich jetzt gerade wurscht. Hauptsache, sie verteidigen sich und greifen an und sie brechen nicht so schnell durch, die anderen. Sollen sie es lieber so machen? Zumindest mal hier an den kritischen Stellen. Aber ich meine, es wird schon etwas ruhiger. Es ist nicht mehr ganz so heftig mit den Angriffen. Es ist schon besser geworden. So, die Steuernamen gehen gerade drauf hier für Erz kaufen. Steine brauche ich eh nicht. So. Das auch noch mal. Das ruhig mit hier angreifen, ne? Brauchst du nicht drücken, mein Freund. Ha! Der Gedachte, der braucht nicht angreifen, der Sack. Aha, da oben kommen sie nochmal. Die scheiß Pferde sind auch krass, ne? Das sind echt heftig. Und da hinten sind noch welche. Hm. Hier vorne geht es auch wieder ab. Wow! So. Das Katapult nochmal welche rein. Eigentlich könnte man das Katapult hier vorne nutzen. Oder wir nehmen es mit zum Angriff. Jetzt brauche ich mal genügend noch. Oh. Ich höre was. Ich habe gerade irgendwie nochmal... Ist das ein Heilstein hier? Nee. Ich gehe mal kurz hin. Äh, wer greift mich hier an? Hm. Ah! Da werde meine Schuhe schmutzig. So, ich laufe mal kurz mit denen hier. Ich will wissen, ob das ein Heilstein ist. Ob der hier heilen kann? Wenn ja, das wäre ja gut. Das wäre super. Oh, jetzt kommen sie aber nochmal hier. Ich schaue mal kurz, ob es hier... Möglich ist... Ja! Ich kann ihm meine Helden heilen. Sehr gut. Das bedeutet, ich könnte... Die hier stehen lassen. Ich hoffe nicht, dass hier was passieren wird. Aber zumindest mal ist es dann von dort geschützt. Eisenmangel. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Eisen. Meine Armee muss größer und stärker werden, ey. Ah, sehr gut. Sie werden schön geheilt. So, ja, brennt sie an. Brennt sie wieder. Ne, das ist mir zu teuer. Immer schön das Nachrücken kurz mal ein bisschen produzieren lassen. So, und das immer schön gleichmäßig kommt. Man kann nie genug Soldaten haben hier gerade. Habt ihr vielleicht selber schon gemerkt. Geht bis 100? Ah ja, super. So. Okay, dann haben wir für die nächste Ladung hier alles voll dann. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns die mal kurz. Und reifen kurz an. Stellen sie aggressiv. Let's see. Tire. Strike away. Stellen sie erst mal ab hier. Ich möchte natürlich, dass hier alle zusammen angreifen, ne. Oha. Und jetzt sollen sie hier schön angreifen. Okay, vielleicht schaffen wir es jetzt. So, wir holen alle hier rein. Oh mein Gott. Was für ein Gemetzel, Alter. Und schon wieder alle tot. Das darf echt nicht wahr sein. Hey, wie die uns geben. Ich kann gar nicht so schnell nachproduzieren, wie die uns geben. Obwohl, doch. Kann ich. Ich hab's sogar unglaublicherweise geschafft. Egal, 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 egal. Weiter, weiter, weiter. Scheiß drauf, scheiß auf die. Die verpissen sich, oder? Oder auch nicht. Ah, wieso müssen die jetzt gerade angreifen? Jetzt! So. So, voll, voll viel sind noch übrig. Toll. Du bleib hier. Du Trottel. Ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich wieder hier Soldaten herbekommen. So laufen die mich jetzt nämlich gleich. So. Ah, hier sind sie auch schon drin. Holy Diver, sie machen mich blatt. Jetzt werde ich sterben. Kann das nicht ein anderer machen? Hm. So. Die sollte ich vielleicht wieder hier reinstellen. So, jetzt kracht's aber an allen Ecken und Kanten hier, ne? Oh, sie werden schon angepöpelt. Naja, vielleicht werden wir uns im nächsten Part wieder richten können, was wir hier jetzt gerade versaut haben. Wir sind gerade hier irgendwie gerade voll am Feilen. Sie metzigen unsere Arbeiter nieder, die ich gerade produziere. Nicht gut. Sehr schön. So. Oh, sie kriegen aber hier ganz schönen Punkt, Edu. So, ich glaube, ich werde die manche vorsetzen. Ja, ja, so ist das. So ist das. Im nächsten Part werden wir versuchen, das Ganze zu richten wieder. Sodass wir vielleicht noch irgendwas erreichen hier im Spiel. Werden wir sehen, werden wir sehen. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Und hoffentlich läuft es bei euch besser beim Zocken wie bei mir hier gerade. Und sagt damit mal, ciao Freunde, tschüss.